Und wieder haben wir jemanden gefunden, der wunderschön kostümiert ist. Du bist die? Sandy. Und du stellst da mit deinem Kostüm die? Rosalina aus Super Mario Galaxy. Okay. Hast du dein Kostüm selber gemacht oder ist das so irgendwo gekauft? Nein, es ist alles selbst gemacht. Wow. Wie lange hast du dran gesessen? Zu lang. Ich kann das immer nicht sehen. Ich arbeite meist nur am Wochenende, weil ich ja arbeiten muss. Also, keine Ahnung, ein paar Monate hat es aber schon gedauert, oder? Eineinhalb dann. Also ganz selbst geschneidert und so? Ja. Wahnsinn. Sind es deine echten Haare, die du so cool frisiert hast? Nein, es ist eine Perücke. Und ist es auch dein Lieblingsspiel Mario Galaxy oder spielst du andere Sachen? Also ich besitze Mario Galaxy auch, aber ich spiele auch andere Sachen. Was ist dein Lieblingsspiel? Oh, das ist eine gute Frage. Ich spiele die Prince of Persia-Games sehr gern. Ah, okay. Und worauf hast du dich am meisten gefreut, dir auf der Gamescom? Auf zocken, also auf die Games anspielen eigentlich. Warst du schon am Nintendo-Stand? Hat dir da irgendwas besonders gut gefallen? Ja, ich war auch schon am Nintendo-Stand. Und am besten wäre ja Zelda, aber da muss man so lange anstehen. Und die lassen dich nicht vor, weil du eine Prinzessin bist? Nein. Das ist aber gemein. Sonderbehandlung. Ich meine, du läufst im Endeffekt ja auf Werbung, oder? Ja, das stimmt. Irgendwas, was hast du noch vor heute? Also willst du dir noch ein Bestimmtes angucken? Nein, ich werde am Nintendo-Stand chillen, weil mir unglaublich schon warm ist und mein Rücken weh tut. Ja, das ist halt der Preis, den man dann dafür zahlt. Aber du bist bestimmt dann auch für Fotos und so weiter, oder? Ja, das stimmt. Also es fragen viele nach Fotos, ja. Cool. Dann vielen Dank für das Interview. Das kannst du dann nachher auf gamergirls.de sehen. Ach so, okay. Und dann wünsche ich dir noch viel Spaß und ja, beim Schillen dann halt. Dankeschön, euch auch viel Spaß. Danke. Tschüss. Tschüss.